So Freunde schaut's aus, mein Name ist Marcel und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing von Skylander Swap Force Figuren und dieses Mal habe ich euch vom Element Geist, genau, den Swap Skylander Night Shift mitgebracht und ja Night Shift, wie soll ich ihn beschreiben, sieht irgendwie so aus wie so ein Geist und schlägt dann mit seinen Fäusten wie so ein Boxer drauf können wir aber besser sehen, wenn wir ihn auspacken und das werden wir jetzt auch tun So, damit habe ich auch alle Swap Skylander vom Element Geist, denn der andere war ja Rattle Shake gewesen Was jetzt noch fehlt sind, ja vom Element Erde, da bin ich ein bisschen traurig, dass es da wirklich noch keinen gibt also von jedem Element gibt es auf jeden Fall schon einen, außer von Erde, aber ich hoffe mal, dass da bald mal was kommen wird So, komm raus hier So, und hier unten noch das Unterteil und, oh Gott, oh Gott, ist der stark Was ist da los, ey, mein Gott Werden wir gleich sehen, Freunde So, bitteschön, Night Shift So schaut er aus Da seht ihr nämlich seine Boxhandschuhe mit Totenköpfen drauf Ja, so schaut es aus Auf jeden Fall nicht schlecht Sein Zeichen ist die Teleportation Ist ja für bestimmte Bereiche im Spiel zu benutzen So, Freunde, jetzt zu seinen Stärken Und zwar, die sind doch schon extrem stark, muss ich sagen Und zwar, beim Angriff 180 von 200 möglichen Punkten Bei der Verteidigung 100 von 200 Bei der Schnelligkeit 145 von 200 Und beim Glück sind es leider nur 45 von 200 Aber doch schon sehr, sehr stark So, Freunde, und wir können ihn auch swappen Und zwar, ne, die wollte ich jetzt nicht Ich wollte mal die beiden haben Und zwar swappen wir jetzt einfach mal hin und her hier Machen wir mal so ab, würde ich sagen Zack, zack, zack So, machen wir mal Night Dueler So schaut es aus Oder wir können auch machen Night Jet Der Geist auf der Rakete Oder wir können natürlich machen Google Last Shift Oder wir können natürlich auch machen Boom Shift Ja, Freunde, da hat man wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten Ihn zu swappen, egal in welcher Richtung es gehen soll Es macht auf jeden Fall immer wieder Spaß So, Freunde, das war Night Shift gewesen Mein Name ist Marcel Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten Zuhören Alles andere auch Und ich wünsche Ach ja, und wenn ihr Night Shift in Action sehen wollt Dann schaut doch mal in meine Let's Plays rein In dem Sinne, Freunde Haut da rein Viel Spaß beim Swappen Und ich wünsche euch das Ganze